Guten Tag, ich hätt gern mal Ihre Schmiedelizenz gesehen. Geil, da steht ein Crusher drin. Eine Canola Press. Und eine Kaffeemaschine. Eigentlich alles wichtige Dinge, ne? Ja, die werde ich mir auch alle abholen. Und ein Coal Generator und Energy Relay und Kisten voller Sachen und mein Inventar ist schon. Genau das. Aber ich weiß ja wo ich bin, also. Da ist jeder die Avokate. Da ist mal wieder nach Hause. Da ist Lava. Ja. Ich bin leise. - Vielen Dank. 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 Warum? Vielen Dank. Vielen Dank. Das kann was. Definitiv. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin... Ich bin... Hey... ... 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 ja auch gut gut du hast jetzt kein urwald vor der tür wo du tonnenweise holz holt obwohl doch das geht doch hast du auch ausreichend ja 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 was meinste ja gut aussieht du es ne wir sind so eine etwas geradere seite haben wo wir den eingang dann reinzimmern können wieso wenn wir den hier vorne nehmen wenn wir rüber ich jetzt direkt drauf zu lauf das ist doch passabel oder willst du wirklich so eine flache seite und steil haben hatte da gucken da haben wir keine wildbären hier rumstehen ne i'm hungry ja die seite sieht doch nicht cool aus hier what is creeper ich hab dich gehört mein friend ja wie schubst du nur in meiner richtung äh hier die seite guck mal da ouch okay wer mich jetzt noch irgendwas irgendwie anfurzt bin ich tot wildbeere essen aber auch nix in dem kackwald so dann ab geht's müssen wir uns nur noch wohl überlegen wo wir den eingang platzieren wobei in der ecke das würde ich ja schon gut finden meinst du nicht einfach gerade drauf zu hier ja da müssen wir halt nur aufpassen ja weit genug rein damit wir links nicht wieder rausrutschen ja das ist schon klar eine gewisse höhe wo wir eine fette treppe unterbauen können ach da willst du rein? ne ich wollte die kohle achso weil dann kann man schon mal in den ofen eben hin fette treppe ja 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 die würde ich aber tatsächlich irgendwie mit stone bricks oder so machen dann vegasbeast einen wunderschönen guten Abend wir müssen die sachen auf jeden fall sowieso rüber bringen ja äh moin ist mal in der höhle hier ähm das ist das mod pick all the mods 3 remix heißt das aua verdammt ist der hammer gleich alle ja wie machen wir das am besten mit den klamotten kannst du ne zum spieler teleportieren geht nicht ne ich muss gleich mal versuchen den server einfach neu zu starten ähm dann mach ich uns beide als admin aha und dann sollte es eigentlich gehen dass wir ähm die dingens äh die die waypoints als portpunkte benutzen können von journeymap aha ja das ist einfach um die sachen rüber zu bringen die können wir dann rüber teleportieren das ist ja nicht das problem ihr macht euch zum admin und mich nicht ich werde überhaupt missadmin du willst dann auch admin du stümper später wenn wir die sachen hier haben kommt der admin status wieder weg punkt ne admin status bleibt ja das ist ja nicht das problem lass mich doch mal das war gleich der mei doch die tritt erstmal irgendeinen gezellten in den arsch so ohja hier ist halt ein hintern fest so vor was hört der ist schon wieder am spachteln weißt du weißt du ich krieg den hier auf die kette das scheiß mod break zu starten aber krieg das mal am spachteln weißt du das ist ja auch alles klar so so doch irgendwie habe ich gerade irgendwie cola aber ich geh mal was zu essen besorgen 3 3 6 bei mir was mit da brauchen wir das irgendwie wir müssen unbedingt felder dann uns felder anpflanzen können wir ja unten das geht ja ja klar oder wir reißen kleine stück ein und setzen da wir machen das schon hatte ich auch erst überlegt dass wir hier irgendwo dann weil hier ist das ja das kriegen wir schon nicht mehr hier ist genug platz glaube ich in den berg da pass mal auf dann mache ich das jetzt mal eben ähm ja wartet ja die aussicht gefällt ich hier 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 ich hier 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 Vielen Dank.